Stell dir vor, du schwebst auf Wolken. Genau so fühlt sich deine Haut an, wenn du unseren fluffig leichten Micellen Waschschaum Soft Clouds verwendest. Warum ich ihn so sehr liebe? Er ist so sanft zur Haut, aber reinigt gleichzeitig gründlich. Der Micellen Waschschaum ist super einfach und schnell ohne Wattpads oder Tücher anzuwenden, brennt nicht in den Augen und ist sehr ergiebig. Ein bis zwei bei Make-up drei Pumpstöße Schaum auf die angefeuchtete Haut auftragen, sanft einmassieren und mit lauwarmem Wasser abnehmen. Ziel war es, einen sanften, aber effizienten Reinigungsschaum zu entwickeln, der sicher allen Schmutz und Make-up entfernt, die Haut aber gleichzeitig mit Feuchtigkeit versorgt, sodass die Hautbarriere im Gleichgewicht bleibt und ein Toner dadurch überflüssig wird. Der natürliche Zellschutz, Ectoin und natürliche Feuchthaltefaktoren sorgen dafür, dass deine Haut langanhaltend geschützt und beruhigt ist. Die besonders milde Reinigung macht ihn für alle Hauttypen und besonders für die sensible Haut einfach perfekt. Gönne dir einen bewussten Moment mit dir selber. Starte frisch und belebend in den Tag oder lass dich am Abend vom sanften Micellen Waschschaum verwöhnen. Braucht deine Haut eine extra Portion Feuchtigkeit, möchtest du Falten und Rötungen gleichzeitig reduzieren und dabei auch noch frischer und strahlender aussehen? Dann ist das Dream Team Anti-Aging Serum dein neuer Begleiter. Ein Serum, das all dies vereint und es dadurch so besonders macht. Das gelige Serum ist super einfach anzuwenden, zieht schnell ein und ist sehr ergiebig. Ein bis zwei Tropfen auf die Haut geben, sanft einmassieren und man merkt direkt, wie die Haut das Serum einsaugt. Ziel war es, ein Serum zu entwickeln, das mehrere hochkonzentrierte Wirkstoffe in einem Produkt vereint und dabei einen Soforteffekt erzielt. Wir haben hier Traumwirkstoffe, nämlich lang- und kurzkettige Hyaluronsäuren und das Power Antioxidant Niaciamid enthalten, was die Haut sofort spürbar aufpolstert. Es zaubert dir einfach einen wunderschönen Glow auf die Haut und der natürliche Zellschutz Ectuin schützt deine Haut zusätzlich vor Umweltbelastungen. Es ist ideal als Treatment geeignet und um dem stressigen Alltag kurz zu entfliehen. Gönne dir jetzt eine Auszeit mit dem Dream Team. Bring deine Haut zum Strahlen wie einen leichten Regenbogen mit Light Rainbow, der intensiven, leichten Feuchtigkeitscreme, die Creme de la Creme, die eine, die man wirklich braucht. Gelcremig, dadurch schnell einziehend und sehr ergebig. Eine Erbsengroße Menge reicht, diese auf das Gesicht, Hals und Tekolleté auftragen, sanft einmassieren und strahlen. Ziel war es eine Feuchtigkeitscreme zu entwickeln, die das ganze Jahr über Tag und Nacht funktioniert. Pflegende, beruhigende, schützende Inhaltsstoffe wie der natürliche Zellschutz Ectuin, Hyaluronsäure, ein Vielteil an Vitaminen, wertvolles Mandelöl sind perfekt aufeinander abgestimmt. Damit ist deine Haut mit allem versorgt, was sie braucht und wird langanhaltend mit Feuchtigkeit versorgt. Dank ihrer hochverträglichen und effektiven Formulierung ist sie für alle Hauttypen und besonders für die sensible Haut einfach perfekt. Mit Light Rainbow verwöhnst du dich und deine Haut mit einem federleichten Hautgefühl. Hol dir jetzt deinen neuen Klassiker.